Am vergangenen Wochenende kam es bei den Events von Power of Wrestling in der Halle 39 in Hildesheim zu kontroversen Szenen rund um den POW-Intercontinental-Champion Douglas Williams. Williams musste am Freitagabend seinen Titel gegen den österreichischen Shootingstar Max verteidigen. Eins, zwei, drei, zwei, vier. In einem intensiven und ausgeglichenen Kampf fiel die Entscheidung schließlich in der sechsten Runde. Max konterte den englischen Ringfuchs aus und konnte sich mit dem Spear Tackle den Intercontinental-Titel sichern. Douglas Williams aber wollte sich mit dieser Niederlage nicht abfinden. Nach dem Kampf kam es zum Eklat. Während der Siegerehrung attackierte er seinen österreichischen Gegner erneut. Und als der sportliche Leiter von Power of Wrestling, Mr. Tony Sinclair Williams, von weiteren Angriffen abhalten wollte, verpasste der Ex-Champion der englischen Legende einen rechten Haken. Vor geschocktem Publikum kündigte Sinclair schwerwiegende Konsequenzen an. Aber das wird die Konsequenzen an. Verpasst mich!